Häufige Probleme mit OnePlus Nord 2T und wie man sie behebt. So beheben Sie das Problem mit dem Batterieverbrauch auf OnePlus Nord 2T. Wenn Sie auf Ihrem OnePlus Nord 2T einen Virenschutz oder Telefonreiniger installiert haben, dann deinstallieren Sie zuerst diese App. Wenn Sie GPS nicht benötigen, schalten Sie es aus. Sie sollten die App immer aus dem Play Store selbst herunterladen, weil Apps von Drittanbietern Malware enthalten, die den Akku Ihres Telefons sehr schnell entlädt. Halten Sie die Herrlichkeit Ihres Telefons immer im Durchschnitt, 30% bis 60%. Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs. Wenn Sie NFC, Bluetooth oder Hotspot nicht verwenden, stellen Sie immer sicher, dass Sie ausgeschaltet sind. Wenn ein Software-Update für Ihr Telefon verfügbar ist, aktualisieren Sie es. Ich hoffe, dass dieses Verfahren das Problem mit dem Batterieverbrauch Ihres Telefons behoben hat. Wenn dies Ihr Problem nicht behebt, bringen Sie Ihr Telefon zu einem Service Center. Träge und langsame Benutzeroberfläche in OnePlus Nord 2T Wenn Sie ein OnePlus Nord 2T verwenden, läuft es langsam. Wenden Sie die von Ihnen bereitgestellten Informationen auf Ihr Telefon an. Durch diesen Vorgang wird Ihr Telefon ordnungsgemäß funktionieren. So beheben Sie die Schnittstellenverzögerung in OnePlus Nord 2T. Wenn Sie irgendeine Art von Antiviren- oder Telefonreinigungs-App verwenden, deinstallieren Sie sie. Sie müssen keine Launcher von Drittanbietern verwenden. Verwenden Sie auch kein Design von Drittanbietern für Ihr Telefon. Sie müssen alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Verwenden Sie keine Anwendungen von Drittanbietern. Halten Sie den RAM Ihres Telefons immer sauber, lassen Sie ihn nicht mehr als 90% ausfallen. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter und so weiter. Wenn diese Schritte Ihr Telefon nicht repariert haben, setzen Sie Ihr Telefon zurück. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Vorgang. Problem mit mobilen Daten oder Mobilfunknetzen mit OnePlus Nord 2T Wenn es ein Problem mit den mobilen Daten oder dem Mobilfunknetz in Ihrem OnePlus Nord 2T gibt, wenden Sie dieses Verfahren selbst an, und es wird Ihr Problem lösen. So beheben Sie Probleme mit mobilen Daten oder Mobilfunknetzen auf OnePlus Nord 2T. Entfernen Sie zunächst Ihre SIM-Karte aus dem Telefon und legen Sie sie erneut ein. Schalten Sie den Flugmodus auf Ihrem Telefon für eine Minute ein und aus. Starten Sie Ihr Telefon neu. Setzen Sie Ihren SIM-Zugangsnamen zurück. Einstellung, SIM-Karte und mobile Daten, SIM 1 oder SIM 2, Name des Zugangspunkts, Name des Reset-Punkts. Wenn diese Schritte das Problem mit den mobilen Daten und dem Mobilfunknetz nicht behoben haben, sprechen Sie dann mit Ihrem Netzbetreiber. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Vorgang. OnePlus Nord 2T Heiz-Angst-Problem Wenn bei Ihrem OnePlus Nord 2T ein Überhitzungsproblem auftritt, wenden Sie dieses Verfahren auf sich selbst an, und es wird Ihr Problem lösen. So beheben Sie das Heizungsproblem auf OnePlus Nord 2T. Sie sollten Ihr Telefon immer mit dem Originalladegerät aufladen. Die Telefonabdeckung muss während des Ladevorgangs entfernt werden. Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs. Laden Sie das Telefon nicht auf, während Sie das Spiel auf dem Telefon spielen. Verwenden Sie keine Drittanbieter-App, laden Sie die App immer aus dem Play Store selbst herunter. Wenn Sie irgendein Antivirenprogramm auf Ihrem Telefon haben, deinstallieren Sie es. Wenn dieses Verfahren Ihr Telefon nicht repariert, setzen Sie das Telefon zurück. Ich hoffe, Sie verstehen diesen Vorgang. Android-Apps öffnen sich langsam auf OnePlus Nord 2T. Das ist das Problem bei fast allen Handys, die App öffnet sich immer langsam. Dieses Problem ist hauptsächlich auf RAM zurückzuführen, aber heute werde ich Ihnen sagen, dass Sie auch dieses Problem lösen sollen. So beheben Sie das langsame Öffnen der App auf OnePlus Nord 2T. Wenn Sie irgendeine Art von Mod-APK auf Ihrem Telefon haben, deinstallieren Sie sie. Halten Sie den RAM Ihres Telefons immer sauber, lassen Sie ihn nicht mehr als 90% ausfallen. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Sie müssen alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Lautsprecher funktioniert nicht auf OnePlus Nord 2T. Wenn Ihr Telefon Lautsprecher nicht funktioniert, durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie Ihren Handy-Lautsprecher reparieren können. So beheben Sie, dass der Lautsprecher auf OnePlus Nord 2T nicht funktioniert. Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, wenn Ihr Telefon in Wasser getaucht ist, legen Sie es in trockenen Reis. Wenn Ihr Telefon-Lautsprecher plötzlich nicht mehr funktioniert, starten Sie das Telefon neu. Wenn der Lautsprecher des Telefons nicht schnell klingelt, überprüfen Sie im Lautsprecher, ob das Wasser nirgendwo hingelaufen ist. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft-Reset durch. WLAN-Verbindungsproblem oder geringe WLAN-Reichweite auf OnePlus Nord 2T Wenn die Wi-Fi-Verbindung Ihres Telefons nicht funktioniert. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie die Wi-Fi-Verbindung Ihres Mobiltelefons reparieren können. So beheben Sie Probleme mit der Wi-Fi-Verbindung oder eine geringe Wi-Fi-Reichweite auf OnePlus Nord 2T. Setzen Sie zunächst den WLAN-Router in Ihrem Zuhause zurück. Setzen Sie das WLAN Ihres Telefons zurück. Entfernen Sie die Handyabdeckung, bevor Sie das WLAN verwenden. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft-Reset durch. OnePlus Nord 2T schaltet sich unerwartet aus. Wenn Ihr Telefon unerwartet heruntergefahren wird. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie das unerwartete Ausschalten Ihres Mobiltelefons beheben können. So reparieren Sie ein OnePlus Nord 2T, das unerwartet heruntergefahren wird. Wenn Sie irgendeine Art von Mod-APK auf Ihrem Telefon haben, deinstallieren Sie sie. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Verwenden Sie das Telefon niemals während des Ladevorgangs. Andernfalls schaltet sich das Telefon wegen Überhitzung aus. Wenn sich Ihr Telefon plötzlich ausschaltet, gehen Sie zu einem Service Center und installieren Sie die Software auf dem Telefon. Der Bildschirm des OnePlus Nord 2T ist eingefroren oder hängt fest. Wenn der Bildschirm Ihres Telefons eingefroren ist oder hängen bleibt. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie das unerwartete Ausschalten Ihres Mobiltelefons beheben können. So beheben Sie das Einfrieren oder Feststecken des OnePlus Nord 2T-Bildschirms. Sie müssen alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Löschen Sie die Cache-Daten aller Apps auf Ihrem Telefon. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Software-Reset durch. Android-Apps und Spiele stürzen plötzlich oder unerwartet auf OnePlus Nord 2T ab. Wenn Ihre Android-Apps und Spiele plötzlich oder unerwartet abstürzen. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie die App reparieren können und das Spiel plötzlich auf Ihrem Mobiltelefon abstürzt. So beheben Sie plötzlich abstürzende Apps und Spiele auf OnePlus Nord 2T. Halten Sie alle Apps auf Ihrem Telefon auf die neueste Version aktualisiert. Alle Apps, die plötzlich abstürzen, deinstallieren und neu installieren. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Software-Reset durch. Apps werden nicht aus dem Play Store auf OnePlus Nord 2T heruntergeladen. So beheben Sie Apps, die nicht aus dem Play Store auf OnePlus Nord 2T heruntergeladen werden. Gehen Sie zunächst zum Anwendungsmanager und löschen Sie die Cache-Daten des Play Store und erzwingen Sie dann den Stopp. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Bluetooth offline auf OnePlus Nord 2T Wenn Ihr Bluetooth keine Verbindung zu anderen Geräten herstellt, durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie, dass Bluetooth auf OnePlus Nord 2T keine Verbindung herstellt. Entfernen Sie zunächst alle heruntergestuften Geräte, indem Sie zu Bluetooth gehen. Dann ruf an. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Software-Reset durch. Display gesprungen und Berührung funktioniert nicht auf OnePlus Nord 2T. Dies ist eine vorübergehende Lösung, wenn der Bildschirm gesprungen ist und Ihre Berührung nicht funktioniert. Durch dieses Verfahren werde ich Ihnen sagen, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie ein gerissenes Display und die Berührung funktioniert nicht auf OnePlus Nord 2T. Wenn Ihr Telefon aus irgendeinem Grund kaputt ist und die Berührung nicht funktioniert, können Sie mithilfe von On-the-Go und Maus arbeiten. Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht länger, als der Bildschirm des Mobiltelefons ausgeschaltet ist. Bringen Sie es bald zum Service Center.